Aber sollte die Bildungsministerin beim Thema Gesamtschule dranbleiben, weitermachen, mehr machen oder soll sie stoppen? Sie soll dranbleiben, selbstverständlich. Auch gegen den Willen der ÖVP? Ja, man muss den Prozess in der Bundesregierung führen. Meine Meinung ist hier eindeutig und im Übrigen Reinhold Mitterlehner abgestimmt. Ich habe Reinhold Mitterlehner informiert betreffend der Modellregion und er sagt, überhaupt kein Problem. Vielen Dank.